Wir versuchen einfach Fortschritt zu machen und die Welt einfach wirklich besser zu machen durch Technologie. Von der legislativen Seite in Washington gibt es immer das Gefühl, das auch ein Stück bremsen zu müssen und ein bisschen regulieren zu müssen, um quasi faire Situationen herzustellen. Aber die wirklich faire in Amerika ist nach meiner Auffassung die freie Marktwirtschaft. Die Möglichkeit, Innovationen zu betreiben, Geschäfte aufzubauen, neue Geschäftsmittel zu erfinden und neue Kunden zu gewinnen, mit diesen Kunden zu arbeiten. Das ist der echte Drang in Amerika. Und wir haben eine amerikanische Regierung, die sehr langsam ist, die nur sehr langsam in der Lage ist zu reagieren. Und die Langsamkeit unserer Regierung ist ein großer Grund, warum Silicon Valley so gut funktioniert. Wenn wir eine sehr mächtige Regierung hätten, die sehr schnell reagieren könnte, glaube ich, würde viel Innovation einfach stecken bleiben.